Dann brauchen Sie als erstes die Startcodes für diesen Weltraumaufzug. Das ist riskant. Es lohnt sich, Hill. Die Resistance ist noch anfällig. Wir müssen uns organisieren. Offene Kommunikationswege sind dabei entscheidend. Ich nehme an, Sie wissen, woher Sie die Codes kriegen. Jarvis hat einen Aim-Basis-Commander gefunden, der sie hat. Den werden wir besuchen. Okay, holen wir uns die Startcodes. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Die Anzahl spielt keine Rolle. Wir schaffen das! Wie geht's dir, Kamala? Gut! Okay, naja. Vielleicht ein bisschen nervös. Wartest du nicht! Das war nur zum Bauwerden! Kriegt alle auf einmal! Es reicht! Das sind Sie! Das sind Sie! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja. Verschaffen wir uns seine Aufmerksamkeit. In der Nähe ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Und noch ein Schurke weniger! Sie sind uns nicht gemackt! Aufmerksamkeit! Bist du nicht gemackt! Hey, hey, hey ! 1, 2, 1. Ausgezeichnet. Ich erhalte jetzt die Startcodes. Lass das Beine aufzufangen? Nicht ganz. Der Aufzug wird von einem mehrstufigen Authentifizierungssystem mit drei Verteilerkästen gesteuert. Jarvis braucht die Kontrolle über sie, um die Freigabe zu fälschen und sie reinzubringen. Die Kugel ist auf der Reise. 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 Ein Resistance-Verbindeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Die Kugel ist auf der Reise. Die Kugel ist auf der Reise. Bringen wir es hin. Was hier ist für eine Nummer zu groß für dich? Helft mir, Avengers! Zurück, umkommen! Helft mir, bitte! Helft mir, helft mir! Helft mir, schickst! Hierfür wollen wir aufhören! Ich brauch' dir noch Hilfe! Und noch ein Schurke weniger! Vielen Dank für eure Hilfe, Avengers! Sehr gut! Dann leg mal los, Theo! Du bist jetzt sicher! Ja! 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 Das war dein Schock! Schön! Ja! 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 Vibrato-Schild, Zeiten-Tasche! AIM kontrolliert einen Verteiler. Sie wollen Jarvis rauswerfen. Ich bin dran. Effe Angriff-Formation! Weck im Vorteil! Okay, Jarvis wird jetzt anfangen. Wir müssen die Verteiler im Griff behalten. Wir müssen die Verteiler im Griff behalten. Also, du hast nur eine reingekriegt. Besser in den Sie uns im Endeffekt! Vorrücken zur Flanke! Alle Sicherheitssperren am Aufzug sind deaktiviert. Sie können rauf, Cap. Okay, es geht los! Eine super lange Aufzugfahrt, bitte sehr! Eine Warnung, Sir. Das wird eine ziemlich unruhige Fahrt. Alle festhalten! Unglaublich! Wir wissen nichts über die Verteidigung dieses Satelliten. Wir gehen rein, aktivieren die Selbstzerstörung und hauen wieder ab. Klar! Ristall klar! Orte mehrere Gegner, die jetzt aktiv werden. Der Plan! Wir kämpfen uns zur Zentrale und überlassen Ihr Energiesystem. Gegner gesichtet! Finden Sie die Konsole für die Türen der Zentrale. AIM steht total auf Redundanzen, was? Ja. Wenn nicht alles ausgeschaltet wird, bleibt der Satellit aktiv. Wir sind bereit, Cap. Sobald der Satellit offline ist, senden wir an alle eine Nachricht. Abgriff! Gute Arbeit! Ich rufe! Gutenicosって. Ausgleichen! Vieree intense! Dann wirdzeuges Dring und dieser Am fired. Godfischerung! Überlastung auf der ganzen Station. Das musste sie kommen. Wärmewerte kritisch. Nutze gesamte Energie für die Stationsintegrität. Das Kommunikationsnetzwerk fällt langsam auseinander. Wir können an unsere Außenposten an der Ostküste senden. Und wir schießen die ganze Welt. Fliegen in Shadow. Ich brauche hier etwas Hilfe. Es reicht. Das ist ausgeschaltet. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ich brauche hier, Shadow. Kommunikationszentrale geführt. Stationen werden verstört. Sendebereit machen! Raus da! Das Ding geht gleich hoch! Sie haben noch 30 Sekunden. Zurück! Stopp! Warn, Warn! Stationsintegrität kritisch. Bitte umgehend evakuieren. Sende die Nachricht! Natürlich, Sir. Hier spricht Captain America. An alle, die sich der Tyran... Liebe Mitbürger, wir sind hier mit Demonstranten, die sich nach einer landesweiten Bedrohung unserer Freiheit geschlossen versammelt haben. Heute Morgen wurden die Anführer aller Truppenteile festgesetzt, und zwar von AIMs neuen Adaptoids. Es kam zur Panik, als große AIM-Flugschiffe über unseren Großstädten in Stellung gingen. Das Militär wird jetzt mobilisiert, und die Nation befindet sich in einer PAD-Situation. Natürlich. Das ist meine Tech. Das ist meine Tarn-Tech. Moment! Jetzt passiert etwas! Achtung! Im Kühlenaktivität wurde entdeckt. Bitte evakuieren Sie dieses Gebiet schlicht und möglich. AIM sorgt für Ihre Sicherheit. Sir, ich empfange ein Notsignal von einer Resistance-Zuflucht in New York. AIM will uns rauslocken. Wenn wir sie retten, sieht es aus, als ob... Wir sehen jemanden, der Hilfe braucht, also helfen wir. Wir tun, was wir tun müssen. Aufbruch bei Dämmerung. Hey, Cap. Pim schickt uns, was er über New York hat, falls du es sehen willst. Ich bin im Tech-Labor. Bin unterwegs. Okay, Ned. Was haben wir? Pim hat das Ding verfolgt, seit es am Himmel aufgetaucht ist. Es folgt keiner festen Route. Wir können seine Bewegungen nicht vorhersagen. Er glaubt, es reagiert auf Aktivitätsalarme von AIM-Agents, in Verbindung mit eigenen Sensoren. Er wird uns kommen sehen. Wahrscheinlich. Die Resistance gibt uns ihre Daten, also wissen wir immer, wo es gerade ist. Das gibt uns zumindest einen Vorsprung. Großartig. Mach den Quinjet klar. Ich will möglichst bald startbereit sein. Wird erledigt. Laut aktueller Info hat AIM weitere illegale Projekte in Venture Ridge. Wir sollten den Ort besuchen, sie stören und Monika daran erinnern, dass sie mit den Avengers rechnen muss. Ich scanne das Gebiet und nenne ihnen die Hauptzielbereiche. Moment. Deaktivieren Sie die Hyper-Schaltkreis-Station in der Nähe. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Um, so weiter zu Hause. Ja. Bewerblich! Ach, ach! Ach, ach! 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 Das war's für heute. Huh! Huh! Der Typ steht nicht mehr auf! Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe in Not und braucht Ihre Hilfe. Huh! 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 Wo kam das denn her? Helfe, Herr Rester! Ich habe die Position der Station. Feindkontakt! Vielen Dank für die Hilfe, Herr Rester! Sehr gut. Dann leg mal los, Theo! Du bist jetzt sicher! Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe! Zerstören Sie die Energiekerne der Station! Ja! 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 Geh! Ja! Dann wieder auf auf jeden Fall! Ja! Dann wieder auf jeden Fall! Der Energiekern ist offline. Ja. Das kommt von der Apfel. Auf Wiedersehen. Sie haben den Energiekern zerstört. Es geht los. Überraschung. Wir werden siegen. Das nenne ich eine Party. Du bist erledigt. Wir werden siegen. Wir werden siegen. Wir werden siegen. Wir werden siegen. Okay. Wir werden siegen. Wir werden siegen. Gut gemacht. Wir werden siegen. 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 Die Party beginnt. Wir werden siegen. Gangnam! Auf Wiedersehen! Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie müssen auf das Terminal zugreifen, um die Turbinen zu erreichen Deine Augen trügen dich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 AIM-Einheiten auf dem Radar Zerstören Sie die Turbinen AIM hat Truppen geschickt, um sie aufzuhalten Keine Sorge, ich kümmere mich um jeden von euch Auf Wiedersehen Warum macht ihr nicht mal eine Pause? Diese Turbine ist der Medi Ja, gut gemacht Zeit für das schwere Gerät Geheimwaffe Sie haben eine Turbine ausgeschaltet Der Generator ist nicht mehr in Betrieb Kontrollieren Sie Ihr Netzwerk lange genug damit ich das Sicherheitssystem von AIM infiltrieren kann Die Turbine ausgeschaltet Halt! AIM hat Truppen geschickt, um sie aufzuhalten. Gute Nacht, Schätzchen. Beginne jetzt mit dem Hack. AIM hat die Kontrolle über einen Terminal zurückerlangt. Das hilft. Danke. So, was gemacht. Was ist das? Du bist nicht gefasst! Ihr könnt mich nicht besiegen! Ich bin im Ames Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ich bin im Ames Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Alle Projekte in Venture Ridge offline. Ich bin im Ames Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ich bin im Ames Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ich bin im Ames Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ich bin im Ames Sicherheitsnetzwerk eingedrungen.